Musik Mein Name ist Filuino, ich bin 24 Jahre alt, komme ursprünglich aus Tübingen und wohne jetzt in österreichischen Rangweil. Ich tätowiere seit etwa anderthalb Jahren, meine Stilrichtungen sind eine Art dunkles Neo-Traditional, mittlerweile tendiere ich ein bisschen zur Farbe, also zu farbigen Neo-Traditional. Musik Zurzeit arbeite ich im Sacramela-Tattoo-Studio in Rangweil, das habe ich mit einer Kollegin neulich eröffnet. Musik Und bestenfalls kann man mich auch unter dem Studio erreichen, telefonisch. Musik 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 Musik